. Fabio. Lass mich wieder ein wenig runter. Mach selber eins. Ja, gib dir das. Sicher. Fein. Lass mich wieder hoch mit den Händen. Mit den Armen. Hauf mit den Händen. Jetzt los. Lass mich noch mal ab. Nein. Ganz durch. Jetzt ist gut. Jetzt noch nichts ziehen. Dann kommst du hier rüber zu mir. Nimmst du den Zippbuck in die rechte Hand. Jetzt mit einer Hand hoch. Jetzt mit einer Hand hoch. Jetzt mit einer Hand. Jetzt mit einer Hand hoch. Das wäre das nächste Ziel. Okay. Pass auf. Sehr gut. So, jetzt gibt es noch schöne Hände. Wenn du hier noch mal treffst. Halt auf den Zug. Lächeln. Wie wäre es mit einer Hand hoch? Wie ist das? Das geht jetzt. Jetzt geht's hier. Achtung, jetzt muss ich das überstürzen. Es gibt nur einen Klapp. Nicht verschrecken. Ja. Gewusst wie, ne? Voll. Schöner Blut, okay? Ja. Gut, gut. Heben. Jetzt haben wir das Netz, das Seiddruck durch. Hier haben wir das Dicke. Das Gewichtdruck wird. Hier ist es. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Das ist ein Fisch. Das sind Sie rund um 20 Minuten. Das ist ein Fisch. Der ist gut. Das ist gut. Er ist gut. Schöner geworden! Aber zudecken, jetzt muss es ja schön dranbleiben. Die Bakterien brauchen wir jetzt warm, um runter zu...